moin moin liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge gta online custom maps mit mir playgestalt und schafflers ebenfalls wie auch die letzten folgen mit dabei die katze da hängt er noch der was leute die katze hängt der marcus der halle der raffael und der rio ich denke ich denke dir danke wenn du denkst 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 wie kommt man darüber das versuche ich auch gerade herauszufinden aber wenn du mich die ganze zeit hier entherschiebt hä? wo fährst du den katze? mann! unrasierter scheisser was hatten wir für probleme ey? wir sind hier da hochgekommen wo markus? jawoll oder was? dieser hacker wie kommt man da rüber? ja man muss zu einer kante mitnehmen ja man muss zu einer kante mitnehmen ja man muss zu einer kante mitnehmen ja die kante hat mich mitgenommen was der markus ist erster? respawn hat direkt ja der rio lootix ja genau achso loll sagt das doch mal einer das war dem gesagt wir sind wir die ganze zeit nach dem weg wir haben das vor drei minuten gesagt wo geht's denn hier hoch? ey der nutzt doch hacks schon wieder da rein aber was ist denn los? was? warum? der tommy nutzt nichts ja der ist so extrem loll ey von wegen nein das war PC workline komm nicht auf dumme ideen hier ne? ich hab nichts gemacht alter ich hab's aber nicht ja komm ey scheiße du darfst halt müsst ihr ganz nach rechts dann darf das dann auf die andere Seite springen da ist ein Rampen ja ihr müsst über so eine kante fahren dann easy ich schaff's nicht rüber wo muss ich denn überhaupt hin? kann man hier unten lang fahren oder muss das jetzt alles oben lang? ich hab keine Ahnung du musst alles oben lang wir müssen irgendwie jetzt auf dieses grüne Dach rüber kann das sein? hab ich auch gedacht hab ich auch gedacht alter das geht doch gar nicht sind nur wir zwei hier drüben? ich glaub ne irgendwer ist schon ganz weit vorne wer ist denn das? ich hab der Ryo wo müssen wir denn hier lang Ryo? wenn ihr auf diesem Dach da seid dann müsst ihr ganz nach rechts also ganz nach hinten auf dem Dach auf das grüne Dach? nein ich hab das grüne ganz nach rechts und dann sind da Rampen Containern so ich check's doch nicht ganz aber ja ja ich komm da nicht hoch alter da musst du jetzt rüber jumpen ja wieviel Prozent hat der Dinge? äh 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 nein 33 ja 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 jawohl ich hab's scheiße ich hätte dich gern weg gerammt au wer hat mich denn hier wer ist denn noch? oh ey Tommy du hast verkackt ist das dein Ernst? ja ich werd ewig jetzt sitzen naja Leute wie hast denn du das? warum bremst denn diese scheiß Motorrad nicht? Alter was? ich hatte das fast für Astral hast du das in einem in einem One-Liner gemacht? ja gürkchen nein auf zweimal also kurz abgebremst und dann durchgezogen? ja dann wieder von hinten und dann nochmal ok aber das andere ist so eine Art Gleit ok Katze verpisst dich da was soll denn das? hallo wollt ihr mich alle verscheißern hier? ja Tommy kommt verpisst dich jetzt du kommst dir jetzt vorbei alter der nächste Punkt ist ja noch schwuler ja ich hab ja auch nicht wo du halt das guck ja toll versuch dir grad anders zurück der Tommy versauts mir immer nein nein alter ich bin oben auf diesen roten Balken drauf gekommen bin auch hochgebounce und will runter ja zum Glück hast du es verkackt du hättest es nicht verdient ja verpisst dich lol hä hast dich gut verpisst lol den hast du noch nicht Rajo? nee hab ich nicht hast du den jetzt? ja den hab ich hey tschüss Tommy was? juck ich bin doch eben nicht drauf gekommen auf das eine Dach also auf die erste schon aber danach äh wo muss ich jetzt hin? ok ohne Hex ist das schwer hey Rajo was geht ab man? alles los easy mann äh Junge ha easy first try ja first try im arsch den nächsten schon an dem der Rajo hängt da easy first try ach geh weg ich sitz? ja klar prior du bist schlecht sagst du du bist ja nicht mal da ich komm hier nicht hoch ich komm hier nicht hoch hi he ja ich hab den Punkt ja auto wo muss man jetzt hin? woanders sag gut aus ja ne? hast du es geschafft? nö easy first try easy first try Rajo wo ist das Problem? fragst du wohin? ich glaube ich muss nach links ne? he 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 ja nice ich komm da nicht hoch was? ich bin einfach immer falsch abgesprungen in der letzten Barge first try alter ja Markus ist erster oder? ne? ne? war klar jetzt kommen sie wieder alle angeflogen weil ich hier oben bin nicht geil hey Rajo mach ich noch mal schnell drüber was sagt mir keiner was oh wer ist das denn? oh man alter was ach so man muss aufs tage ich glaub nur nur drüber springen du bist ja echt doof ne? he 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 du Tommy ne? du musst aufs tach ich weiß nicht wie ich da hochkomme verdammt jo Rajo ist klar ich hätte ja fast geschafft bis so ne Gurke angeflogen kam jawohl easy first try vor der ersten Rampe aus einfach easier drauf oh okay das ist das dein ernst jawohl jawohl hier kannst du echt so klappen he he hab's auch geschafft war ja gar nicht so schwer Tommy du Lappen das brauchst du so Ewigkeiten für den easy jump was für den easy jump he? nein 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 viel zu weit viel zu weit ach verdammt oh ich bin da drauf ich bin da drauf ich bin da drauf da ist er alles gut oh jetzt ist das was hi Rajo ne das glaub ich ne oder? ne oder? ne oder? meiste der fliegt da runter ne nein 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 zieh doch hoch die Scheisse zieh dich doch hoch du Scheisse ey Tobi was machst du hier du hast es mir auch versaut also halt die klappe ich habe den punkt alter endlich Welchen Punkt? Du hast zwei Tries gebraucht. Ja, stimmt schon, aber... Achso. Ja, trotzdem, du bist der Foto, du musst alles First-Try, ja. Ich bin DER Babo. Du bist ein Scheiß, bist du. Du bist doch im Ernst. Oh, nein! Oh, nö! Die Frage ist, schafft man das von hier? Dein Ernst? Mein Peter. Hey, Gürkchen! Nice. Jo. Was geht ab? Ich komm da nicht hoch. Das geht ab. Ah, jetzt gucken wir mal. So, vorsichtig. Ah! Easy. Ich komm hier nicht hoch. Du weißt wo, oder? Gurke jetzt. Ja, aber... Was für ne Geist wurscht. Ich weiß wurscht, Gurke. Sie haben auch Weißwurst verstanden. Wie kann man denn so blöd sein? Ja, Fragschaftlas. Alter, der kriegt einfach ein... Hi! Verpiss dich. Ryo, was geht ab? Tasha! Ey, wo bist du? Wie seid ihr so schnell da, Alter? Ich geb das, Mann! Hex! Easy, tschüss, was wollt ihr? Die Plattform geht unter. Du bist halt zu schwer, ne? Du bist einfach zu fett! Hey, wer ist eigentlich erster? Ich nicht. Ich glaube nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Da muss ich lang. Ich bin ganz nah am ersten dran. Wer ist denn das? Bleib doch rum, du Hure! Wer ist denn? Naht doch rum, du Hure! Was ist denn das für ein Aus? Ich hab keine Ahnung, wie man den Speed mehr nehmen soll. Hehehe, der ist zu kurz. Verdammt. Hey, diese Scheiße kostet mir schon wieder den Sieg, Alter. Ich bin Sieg. Sie kostet dir den Sieg, obwohl du überhaupt nichts geleistet hast. Ist so. Das ist geil. Der war 20 Sekunden, er ist da. Nein, ich hätte gewonnen. Was für 20 Sekunden? Alter. Ja, okay, zwei Minuten. Aber das ist jetzt überhaupt schon ein harter Übertrieb. Hey, was geht ab? Bro. Hehehe. Hehehe. Wie geil du so hoch sprichst und dann weg ist er. Ja, keine Ahnung. Du musst da auf jeden Fall Speed mitnehmen, sonst bist du viel zu langsam. Ah! Ah. Ja. Hat was. Ich komm einfach auf den Container und fahre hier Speed holen. Ich sollte halt einfach auch tippen, ne? Da, wo ich jetzt stehe. LOL, ich hab den Punkt nicht bekommen. Dein Ernst. Alles klar. Ärgerlich. Oh. Ryo, was geht ab? Du musst nach hier hinten und dann, äh, mit Relief. Scheiße. Hehehe. Hehehe. Dein Ernst. Da hat der Tommy aber ganz kurz gepumpt, oder? Ja, wie kannst du denn zu weit fliegen? Willy? Willy 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 Willy. Willy Willy… Willy 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 like you. Willy Willy Willy. Daneben. Ja. ich lande auf der platform voll scheiße ja ich treffe sie auch nicht ganz sauber oh du bist nicht ganz sauber Tommy das habe ich jetzt überhört was hey Rayo was geht ab man was hast du überhört dich habe ich überhört du Lappen was dass du nicht ganz sauber bist ich habe dich überhört du Lappen oh verdammt das war sehr knapp da kommt man doch nicht an die Hand hoch alt damit da aber ich hätte es gerade fast oh ich habe Windschatten Gerne geschehen ich habe es verkackt na ich habe auch oh nein wie kann man es verkacken auf den letzten Bartschuss Windschatten na Rayo gib mir Windschatten komm schon hey Tommy verkackt hast du Anna wie komme ich denn da hoch auf diesen blöden Container bist du noch da wo wir uns jetzt mal gesehen haben wie hast du das gemacht Paprik ja du hast mir die Windschatten auf der ersten Rampe du hast doch direkt da vorne so ein Trafo ich weiß nicht ist das ein Trafo bist du da voll Gas drüber oder bist du da oben stehen geblieben ich bin da oben dann quasi mehr oder weniger angeeckt also du musst da auch mit dem Wheelie hoch er ist angeeckt ah da will geht denn wenn du ein Wheelie machst dann überschlägst du dich doch ne ich habe ihn ich habe ihn ne natürlich hat er ihn weil er ein Lacker ist da guck wenn ich da oben ein Wheelie mache du musst wenn du auf den zweiten Container da landest musst du direkt Wheelie ziehen also direkt mit Wheelie weiter ja schon klar ich muss erst mal da drauf kommen wieder sauber ja am besten gar nicht äh ausrichten sondern einfach nur Wheelie LOL IYAKILO alles geil ich werde die Metten nie beenden Leute wieso kommt jetzt was wo man Skrill haben muss da war doch ein Punkt ich bin so ein behinderter Scheiße oh man Ryo naja ich habe genau getroffen ich habe den Punkt nicht gesehen dein Ernst ich habe den Punkt einfach nicht gesehen ja nein mein Cut oh oh das geht schief ja das geht nochmal von der Ernst oh come on oh wow er steht naja jetzt hätte ich es geschafft und dann bin ich so langsam ge... ah dies warte dies nein lord also Gurke du musst auf jeden Fall auch äh du musst auf die du landest auf jeden Fall auf dem Ding dazwischendrin also ich spring da immer drüber ne also leck vielleicht ich hab's ne leck mich ach so Scheiße ich hole Vorsprung aufbauen ja ne ja dazu muss man auch Skill haben ja ist so ja ist so ja wie schnell ist die Abra ja ich hab auf einem Jumplist in den Speed ist die Abra ja geschön Abra geht Abra die muss aber immer hin jawoll ja ja man hin wo werden wir hin machen warum lädt ihr sich die ganze Zeit nach rechts Alter ich hab den Punkt nicht bekommen weil die so schubel ist da vorne nach oben ja nach oben ach so genau so was kann doch nicht so schwer sein einfach nach oben zu gehen da da ist doch so ein looping und rechts vom looping ist eine stelle frei kommst du nicht hoch weil das so scheiße gebaut ist ja ich habe den punkt nein ich bin gestorben ja scheiße ich würde mich ärgern das ist das selbe hey was ist denn das für einer der hier lang fährt hey da ist eine lkw auf meiner spur oh dann klatscht doch auf dieser kritzak gleiten dass der arzt kommt hey bitches da bin ich was wir du hast es ich habe es nein sobald auf dieser rampe bist wieder wie die runter ernsthaft ich bin am punkt vorbei du musst halt durch die mitte durch nicht leck meine hoden alter das ist so ekelhaft ich weiß doch nichts es geht natürlich wenn es gleich ein ziel ich noch nicht erfahren nein oder so 60 dann ja da kann ich ja noch vor tommi ankommen geil da war eine lücke man muss auch mal mut zur lücke haben oder die auf der anderen seite auch noch durch das gesagt auf der rampe dann nach vorne drücken ne nicht nach vorne aber einfach kein video ja lol man fliegt jetzt über das ziel rüber haha sehr gut zu wissen warum gibst du ihm die hinweise ich hab doch schon gelogen was hast du ich war nicht schnell genug du bist eine pfeife rio alter das kann man gar nicht anders schaffen das sind boosts ne und wenn man die boost kann man nicht äh muss man mitnehmen ja aber wenn man die mitnimmt ist man zu schnell alter wie kann ich mich denn umdrehen du musst langsam fahren und dann dich vorher fallen lassen meinst du mich ja so so klappt es langsam fahren ich fahre langsam nein noch langsamer du musst dich aus dem looping rausfallen lassen damit du dich im flug umdrehst ich bin nicht sein ernst jetzt hätte ich es geschafft alter was ist das für ein scheißspiel katze bist schon recht weit er dreht sich nicht rechtzeitig um problem ist entweder fliege ich am punkt vorbei oder komme gar nicht so weit ich komme mit der seite auf geht es nicht durch die mitte man kann doch durch die mitte fahren man kann doch durch die mitte fahren ich bin eben auch mal durch die mitte da bin ich auch gelandet die ganze zeit oh verdammt und da fliegt er aber es ist möglich also es ist jetzt keine map wo ich sagt nee das schaffe ich auf keinen fall das ist eigentlich noch die erste runde also die erste map ja guck dir das an patrick ich bin hier mal kurz wie entgegen wir müssen da hoch oder voll der pulle oder was was passiert da ja du musst da etwas weiter nach hinten das ist voll scheiße wohin aber du machst da ein looping quasi kann das sein keine ahnung au ich bin mir genau dagegen ja vielleicht bist du mal da ich habe doch eine idee ich weiß nicht ja genau du schaffst es so schnell hey verpiss dich tommy hä leute ist das euer ernst hauptsache im weg rum stehen naja nein ich hätte schon wieder geschafft wie geht das ja du musst einfach fahren hä ich bin oben gestorben alter war es ja ich auch das passiert mir die ganze zeit ja doch ne fertig jawoll 1st ra hehehe au hat dich meine leiche getroffen au du musst du musst dich dort shoppen lassen markus ja das habe ich schon gesehen und nicht so wie ich immer hinten dran das funktioniert nicht ja wie hat das geschafft wäre ich weiß nicht wo der punkt ist ist der was war ich bin fast also ich bin ihm auf den kopf gesprungen ich kann doch nicht bremsen ich kann doch nicht lenken so wie er sagt er immer ich kann da nicht lenken ich kann ich verstehe noch nicht ganz wo der punkt ist wo ich dahin muss ich hab's ja mit willi ohne willi hast du hast nur weh gedrückt ja nur weh als maul alter da stimmt doch was nicht easy easy wie sag ich immer so schön die schwulen haben das glück du so leid alter dann müsstest du ja im vollen platzen voll glück haben genau warum stirbst du kleiner dreckiger dreckdreck da raffel ich schon auf k ne ich versuch zu cheaten ne ich versuch zu cheaten ne ich versuch zu cheaten bist du immer noch da wo man da über den paar über das parker springen musste äh ne ne ich bin hier da beim freibd platz ouch da das geht nicht wenn man nur weh drückt doch es ist gegangen du musst ein ganz kleines bisschen bei wenn du hoch fährst ein wheelie ziehen da fliegt man doch drüber übers ziel wie soll man denn das schaffen wer ist denn da mit mir ich ich bin dran nein was wirst du es geschafft das bleibt betriebsgeheimnis ja komm ich sag's ja wenn ich drauf will ja genau die autos machen hier verrückte stunts einfach bremsen ja aber am speed wie willst du da bremsen oh verdammt ich bin bis zu weit gefahren ne ich schaffe ich schaffe es ja ich schaffe es und fall vom motorrad warum ich fall immer luft vom motorrad schau ich flieg immer drüber übers ziel warum das kann ich dir doch auch nicht sagen ich hab's auch noch nicht geschafft ja ich hab's geschafft aber easy ganz mal alter hä ne 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 Raya und ich fliege... äh, Raya und ich. Oooooohhhh, Padre! Markus und ich fliegen die ganze Zeit. Ja, wie machst du das? Du kannst doch nicht bremsen! Ich seh es nicht, wo ich hinfliege. Dreh dich! Alter, du kannst nicht noch langsamer werden, das geht nicht. Raya, wie macht man das? Plaggschlag, du musst vor dem Boost komplett auf Null abbremsen. Ja! Wo bin ich? Das habe ich doch gemacht! Ja, wo bin ich denn? Au! Au! Plaggschlag, komm drü... nein, warum brauchst du Speed? Ich würde eigentlich nur wenden. Das wäre überhaupt. Ja, schön. Fahr jetzt mal drüber. Wenn du bei den Speed bist du komplett auf Null abbremsen. Also du brauchst nur den zweiten Speed eigentlich, eigentlich gar keinen. Gut. Komm, dann auf Null abbremsen und Bremse gedrückt halten. Ich habe es geschafft, Alter! Komm weg, gedrückt halten jetzt. Gedrückt halten, gedrückt halten. Ja. Jetzt aber auch Gas geben, ne? Du musst ja auch über den Boost. Was wollt du drauf? Gedrückt halten. Ich habe es geschafft. Dommi, was geht? Greif nicht bei mir! So kann man also Boost umgehen. Ja, gib jetzt mal ein bisschen mehr Gas, aber halt die Bremse halt. Äh, da ist sofort gedrückt. Ah! Ja. Ja. Okay, nice. Jetzt kannst du einfach Gas geben. Äh, was war da schwer? First Trail? Ja, lol. Ist das dein Ernst? First Trail? Du bist voll Gas an mir vorbeigeballert! Und ich habe auf dem Tor gesetzt und sogar ich habe ihn überholt. What the fuck? Alter, das habe ich First Trail gemacht. Du bist so schlecht, Alter. Ich fühl mich so verarscht von diesem Spiel. Alter. Bist du jetzt nach mir oder vor mir ins Ziel gekommen? Nach dir! Ja, das ist so schlecht. Alter, das war der leichteste Punkt, den ich hier annehmen musste. Ja, also. Hält mich doch am Arsch, Mann. Das gibt es doch gar nicht. Mein Herr, liebe Freunde. Wer hat gerade oder ich? Dann war es das für heute. Ja. Willst du schon wieder Abmacht machen von mir? Jetzt bist du es auch noch klauen oder was? Komm, be ehrlich. Ich meine, ich folge mir alles sonst zu lange. Ja, leck mich. Also, liebe Freunde, was ist das für heute? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr einen Daumen nach oben da und wenn ihr neuf dem Kanal seid, ein Abo, würde mich sehr freuen. Wie immer findet ihr den Link zum Tommi unten in der Videobeschreibung. Genauso wie die Links zu den Social-Video-Kanälen, hier Facebook, Twitter, Instagram. Würde mich oder auch den Tommi dann freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, eine Nachricht erlasst. Wir schreiben immer gerne mit euch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tommi geblättet. Ciao, ciao. Komm mal ran.